jetzt müsste eigentlich reichen oder das war falsch auf fackeln machen jetzt haben wir noch drei eisen ist jetzt nicht so krass ja aber dominik hat gesagt wir haben genug hier in dieser kiste wo diesen tausend schwerter drin ist eure rüstung und ich wir haben nur zwei betten ich bin ich bin auf dem dach gespawnt wo wollen wir das portal hinhaben jungs gut dann baue ich hier im portal raum ich habe eh noch kein feuerzeug feuerstein haben wir oben ja ja ein feuerzeug machen kannst du gern tun feuerstein und eisen oder die komplette wohnung ein höher machen kannst du tun weil ich hasse es wenn räume und zwei hoch sind nicht jetzt immer bei mir rein laufen ein feuerzeug wird ja wohl reichen er oder wir wollen oder wollte die ganze bude abfackeln nee lass mal was steht denn jetzt hier vor mir leuten ganz gut aus erde abfackeln naja besonders aus erde kann man erde ohja alter ich bin ja fast reingegangen oder draußen steht die kuh sagen wir doch mal hallo bertha machen wir dir die türen auf oder komm wir rein öffnen wir den kühen die türe jetzt geh rein äh aus meiner erde komm rein ich habe eine hauskuh ich habe eine hauskuh ich habe eine hauskuh das ist meine hauskuh oder ich töte euch pfff so einmal habe ich sie schon gehittet alter patolai hast du jetzt äh patolai hättest du umgebracht ich war es nicht patolai war es ey sie ist nicht tot ja ja ich habe niemanden gekannt meine hauskuh ich habe es nur noch gehört wie sie gestorben ist das war packt oh gott sie ist aufs dach oh das ist der andere kuh hallo bertha hier ist der andere kuh ne neue kuh oh Gott ey er hatte ja so eine tiefe Verbindung zu seiner hauskuh oh da ist ja ne neue komm mal mit ich hab schon Tränen in die Augen so ich schlepp ne neue hauskuh an das ist gleich wieder ne neue wa ah ja alter komm geh rein geh einfach da rein die kommt ins schlafzimmer schlafzimmer ich dachte ein bisschen an Perthild mit ihren Hunden alter du musst die Tür mal zwei breit machen die Kuh passt da nicht durch die müsste eigentlich durch passen so jetzt spätestens jetzt ja die Bertha ist ein bisschen dicker weiß ach so ach so oh Gott ey for real was guckst du mich so an du blöde Kuh ey lass meine hauskuh guck mich grad so komisch an die blöde Kuh geht in der Naturschutz und ich hab Milch nam 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 oh ey ey dieser 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 Höhleneingang der ich darf nicht sein oh gib mir Kuh äh mit Kuh Milch oh gib mir Kuh gib mir Kuh gib mir Milch kommt mal einer mit dem Feuerzeug runne ich warte willst du ne rauchen oder Phil Phil ich werf dir Milch an den Kopf ja geraucht wird nur im Keller ne ja also trink mal Feuer runne gib mir das Feuerzeug bitte Markus ich hab's verloren ne gib mal oh oh man Markus alter bitteschön fackel mehr die Bude ab komm drinnen ja er hat mich grad angezündet danke das Wasser das Wasser das Wasser das Wasser oh Gott sei Dank so muss da hat euch am Vorzeichen erst mal paar Kollegen anziehen so ich trage das olympische Feuer zu den ddm 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 kölnischen Spielen nach dir ich trage das olympische Feuer in mir ich trage das olympische Feuer in mir ich trage das olympische Feuer in mir wollt ihr da wirklich wollt ihr dass ich das wirklich mache ja aber jetzt so ok und tschüss nein noch nicht los 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 so Fils zusammen eh Philipp ich bin hier unten nur eine Mine ja warte wie fast kann man diese Pilze anbauen mit diesem ähm See ähm Seelsand das ist ein ähm raum ich höre schon so scheiß Pigs Lasse erstmal hier den ähm Dings bisschen ausbauen dass wir hier ein bisschen hantierplatz haben unten dass wir hier einen Raum aus koppelt herum rumbauen können Ja, und mit Kisten vielleicht auch noch. Ja. Philipp, so viel zu meinem Koppel ist nicht wichtig. Ja, okay. Der Koppel, der kann wenigstens von den scheiß Garsts und so nicht kaputt gemacht werden. Und es sieht einfach stylisch aus, finde ich. Mach ich gerne. Kannst du vielleicht nicht machen, so eine Eisenfestung und so. Oh, mein Crafting-Tabel brennt, scheiße. Natürlich bitter. Wie hoch? Fünf oder wie? So, dass da dann noch eine Decke reinpasst, ohne dass es zu niedrig ist. Es ist so hoch wie das Portal, würde ich sagen, oder? Ja. Na, wo ist der Pikmin? Hier sind Pikmins. Was passiert jetzt eigentlich rein theoretisch, wenn ich das Portal jetzt von außen aus machen würde? Komm her. Komm her. Komm her. Mach mal weg. Nein, hör mal auf. Was macht ihr denn? Ich hab einen Goldknackert. Der macht total schnell weg. Alter, hört auf. Ein Goldknackert habe ich hierher. Ja, ich hab hierher gebuddelt wie so eine Crack-Hure, Alter, die gerade die Crack sucht. Also ich weiß ja nicht, was du für Erfahrungen hast, aber... Hast du deinen Crack gefunden? Ne, ich hab meine Diamanten gefunden. Da wollte ich nämlich gerade sagen, dass ich nicht auf der Suche nach Crack, sondern nach dir das war. Mit denen kannst du natürlich nix anfangen. Gibst du lieber mehr. Ja, ne? Ich glaube, ich lauf wieder ziemlich denselben Gange entlang, glaube ich. Der nimmt mir die ganze Zeit in die Linse. Large, könnte ich auch nix bauen. Ja, sorry, ich wollte nur gerade hier hin. Gleich fliegt Philipp ganz aus Versehen die Lava. Na ja, hier gibt es leider keine Lava. Doch, ich hab Lava gesehen. Ähm, wir haben... Warum greifest du die Pigments an? Zehn vor elf. Du darfst, du darfst die nicht angreifen oder so. Ich hab dir nicht angreifen. Und wie lange nehmen wir schon auf? Seit zwei Stunden. Anderthalb Stunden oder so. Oh ja, das passt doch. Hm, jetzt bin ich wieder hier. Doof. Ach, Kies kann man nicht benutzen. Hä, warum haust du da den Stein wieder rein? Das soll doch auch Koppel werden, du. Ach, alles. Okay. Na dann sag ich. Ich hab mir nur so ein kleines Stück. Ne, ne, ne. Ein kompletter Portalraum. Braucht ihr noch Koppel oder? Ich hab noch einen Stack. Also so und dann... Ich geh auch noch weiter oder hört's hier auf? Wo ich stehe? Mal gucken. Was kann man noch gebrauchen? Nö, bis dahin reicht eigentlich. Wobei ein Stückchen können wir eigentlich noch machen. So drei, vier Blöcke noch. Hallo, Bertha. Dann wird das Ding wenigstens schön geräumig. Das sind die Außenbays. Genau. Ich hatte direkt am Anfang den richtigen Ausgang und war einfach nur zu dumm, da zu checken. Hey, du wolltest doch... Achso, muss das noch breiter? Da kommt noch eine Koppelwand rein. Ach, Koppelwand ist ja noch. Okay, vier, vier, oder? Äh, ja. Wie kommen wir da steilen hier oder so? Kannst du auch noch Koppelgrad mitbringen? Ja, ja, bin gerade dabei. Und, äh, Spitzhacken aus Stein bitte. Oder aus Eisen, mir egal. Ja, Stein. Wir haben nicht mehr so viele. Ja. Naja, stimmt, wir haben ja kein Eisen. Wir haben ja alles verbraten. Eigentlich Wasser, ich habe euch ja egal. Mein Koppel geht langsam nämlich aus. Oh, mein Dings ist... Ich glaube, Koppel geht nie aus. Nee, Koppel ist echt... Eigentlich unendlich, nur gerade habe ich keinen mehr. Ich glaube, morgen ist das auch aus. Ich glaube, morgen ist das auch mit Sicherheit 1264 aus Text dabei. Wir brauchen den Nachschub. On the way, Doktor. Den einen da oben an der Ecke, den hättest du auch dran lassen können. Rein theoretisch. Sparen wir uns da den Koppel. So, wo seid denn ihr Mädels? Ich habe voll gefehlt. Philipp, ich hatte doch direkt am Anfang richtig... Wobei, nee, der muss raus. Stimmt, hast recht. Muss ja noch ein bisschen breiter werden. Wo sollen die Kisten hinzukommen? Am besten dahinten vor die Koppelwand. Ich nehme jetzt mal einfach die Dias mit, ne? Da liegt noch eine Eisen... Eine Steinhacke für euch, ne? Ach, wo? Wer ist? Naja, ich brauche gerade keine. Ich brauche nur Koppel-Es. Achso, die brauchst du auch noch, oder? Hier, komm her. Warte, ich gebe dir mal ein paar Koppel-Es. In die Truhe. Da liegt's jetzt. Da liegt's rum, vorm Portal. Musst du euch das Portal werfen. Oh, lol. So. Jetzt ist mir geil, das ist in die Fall noch. Wie breit wollen wir in den Raum machen? Also, hier haben wir ja jetzt eine Breite von 1, 2, 3, 4, 5, 6. Machen wir ums Portal rundherum immer 6 Blöcke frei und dann der siebte ist die Wand. 5, 6, sorry, du bist gerade reingerannt. Komm, machen wir noch einen Ofen. Also hier nicht abreißen, oder doch? Doch, das wäre die Wand. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hier ist übrigens, in der Kiste ist ein bisschen Koppel, ne? Jep. Also nach da auch nochmal, wie weit? Ich hab da gerade markiert. Wartest du hier zugemacht, oder nicht? Ey, wartest du hier zugemacht, oder? Äh, wo? Hier. Ja. Okay. Loll. War Luigi. Äh, Mario. Luigi. Äh, fackeln, fackeln, da. Luigi transformiert sich zu Mario und wir buddeln, äh, Mario in der Wand ein. Hinter einer Versteck, genau. Ein Versteiner da. Müsstest du theoretisch so eine versteckte Wand reinbauen, wo du, ähm, dann irgendwie mit einer Druckplatte oder so geheimen Knopf oder so, äh, aufkriegst. Ja. Wäre auf alle Fälle geil. Ich stelle, ich habe Knopf in den Masten, dann kannst du da hinten Diamanten reintun. Ja. Alter, wir brauchen mal Pistons und dann, wir brauchen mal Redstone, haben wir genug. Ja, Redstone, das finden wir ja mittlerweile auch. Nicht all must. All must pack. Also, ein Liter-Rack wird ein bisschen schwer zu finden jetzt. Ja, definitiv. Ja, eben schon, ne. Mein Inventar ist voll damit. Och. Das war jetzt nicht zu erkennen, die Ironie, oder? Ich wollte sie doch mal auflösen, für die, die es nicht verstanden haben. Achso, okay. Öh, was bei Diener ist? Wer macht denn hier, wer braucht denn hier so scheiße mit den... Ich, ich baut es aber immer am Ende wieder ab. Das ist doch, was nennt sich Kunst. Äh, abstrakte Kunst, ja. Ja, genau. Alter. Langsam füllt sich die Gegend mit Gas. Boah, ich freue mich schon, an einem gekillt zu werden. Warte mal, ich buddel mich ja krabbar durch. Ich sag mal Hallo. Nein, du sagst nicht Hallo. Hier können wir, hier hinten können wir uns irgendwie so ne Metalltour hinbauen, ne? Und dann uns so ne Treppe nach oben bauen, irgendwie. Ja. Ja. Bin schon dabei. Aus der Base soll's eh Ausgänge geben. Weil ich hab keinen Bock hier, in dem Spawnraum zu sitzen. Also, ich hab mich so vorgestellt. Alter, wer baut denn hier schon wieder so? Ja, abstrakte Kunst. Ja, von Markus schon wieder hin. Ja, das ist doch sowas von... So was von abstraktes muss dir gefallen. Oh, oh. Leute, grabt euch nicht nach oben. Ah! Warum? Du Ulti! Grabt euch einfach nicht nach oben. Oh, ne, hatte ich ja noch nicht vor. Ich buddel gerade. Da kommt gerade Lava runter, wetten? Ja. Oh, okay, dann in die Richtung. Ne, ich würd sagen, da wird's nix. Boah, ich hätte so gelacht, wenn ich das zu spät gemerkt hätte. Ich hab's fast zu spät bemerkt. Aber man war eigentlich klar so tief, wie wir sind. Ja. Okay, dann buddel mich. Ah, ihr seht, dann... Ne, das ist ja, der... Braucht jemand noch Cobblestone? Ja. Gerade nicht. Ich hab immer noch... Ich brauch noch Cobblestone, wenn du hast. So, ich buddel bei hier einen Weg hoch. Ja. So, jetzt sieht das doch schon einigermaßen besser aus. Irgendwie steh ich hier vor der Wand. Ein Pikmin will mich Teebeuteln. Und deine Teebeuteln, ey. Ich glaub, ich lass das ihn mal machen mit dem Hochbuddeln. Das ist nicht so mein Ding, mit 13 Dias zu verbrennen. Du solltest endlich in die Truhe legen, ey. Komm, Stefan, mach das jetzt. Ich kann keinem von euch vor der Wand killen. Das ist auch nicht wahrscheinlich. Sonst killen wir dich irgendwann und dann ist Ende. Dann legen wir die End. Ja, wo willst du denn der Hochbuddeln, Alter? Das gibt's ja gar nicht. Lol, wir sind halt knapp über den Bedrock. Oh, der Ofen ist gar nicht angeheizt, das geht gar nicht.